Hallo, ich bin die Greta. Das ist meine Schwester Anna. Das ist mein Papa Peter. Und meine Mami mit Toya. Unser Familienhund Bello. Und wir sind die Familie Janssen. Hallo Mama, uns ist so langweilig. Können wir was unternehmen? Das geht leider nicht, Anna. Ich habe noch zu tun. Bevor wir in den Urlaub fahren, habe ich noch einiges zu erledigen. Können wir dir helfen, Mami? Das ist lieb von dir, Greta. Aber ich muss noch Wäsche waschen und bügeln. Dabei könnt ihr mir nicht helfen. Seid ihr denn schon fertig mit dem Packen? Ja, sind wir. Hm, dann geht doch ein wenig mit Bello raus. Der freut sich sicherlich. Ihr könnt auch zum Kiosk und euch ein Eis kaufen. Ja, ein Eis! Ja, ein Eis! Hier habt ihr das Geld für das Eis und passt gut auf der Straße auf. Machen wir. Los, Bello, wir gehen zusammen gassen. Nein, Bello, du darfst kein Eis essen. Du bekommst später ein Hunderleckerli. So, da habe ich jetzt ein wenig Ruhe, um die letzten Sachen zu packen. Freust du dich schon auf den Urlaub? Ja, und wie? Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich auf die Mini-Gesko. Wirklich? Ich mich darauf, dass ich jeden Tag schwimmen kann. Hey, guck mal, die zwei da hinten, kennst du die? Ja, die eine geht bei mir in die Schule. Wollen wir uns einen Spaß erlauben und ihnen die Tasche klauen? Vielleicht ist da Geld drin und wir können was vom Kiosk kaufen. Ja, warum nicht? Hoffentlich haben wir mein Liebendeis da. Bestimmt, und wenn nicht, nimmst du was anderes. Hey, ihr blöde Jane, was soll das denn? Gib mir sofort meine Tasche wieder. Das war ja leichter als gedacht. Das lassen wir uns nicht gefallen. Los, Bello, lauf und hol meine Tasche wieder. Hey, was will denn der Hund von uns? Geh weg, lass uns bloß in Ruhe. Hey, ruhig, schön langsam. Ich habe dir doch nichts getan. Ah, was willst du denn von mir? Du, ich glaube, er will die Tasche. Von mir aus nimm sie doch, aber tu mir bitte nichts. Puh, da habe ich mich aber ganz schön verjagt. Super, Bello, braver Hund. Du hast das klasse gemacht. Ja, Bello, du bekommst zu Hause zwei Hundeleckerlis. Wir müssen dich leider hier festbinden. Ja, du darfst leider nicht auf den Spielplatz, aber wir kommen bald wieder, versprochen. Welches Eis möchtest du, Greta? Ich möchte bitte ein Quister haben. Okay, und ich das Schokoeis. Guten Tag. Guten Tag. Was möchtet ihr haben? Ich hätte gerne ein Quister. Und ich ein Schokoladeneis. Hier bitte, ihr zwei. Das macht 2,50 Euro. Hier bitte. Danke. Hm, lecker. Im Urlaub esse ich auch jeden Tag ein Eis. Ich auch. Ach, guck mal, das ist doch der Hund von vorhin. Die haben ihn hier angebunden und sind bestimmt beim Kiosk. Ja, das ist unsere Chance. Komm, jetzt kriegen wir doch unser Eis. Na, mit uns habt ihr wohl nicht gerechnet. Was wollt ihr? Verschwindet. Ach, hast du jetzt wohl Angst ohne deinen Hund? Habe ich nicht. Das hättest du wohl gerne. Los, gebt uns die Tasche. Nein, du kriegst die nicht. Ganz bestimmt nicht. Entweder ihr gebt uns die Tasche freiwillig oder wir holen uns sie. Los, jetzt gib sie mir endlich. Her damit. Lass meine Schwester in Ruhe, du doof Mann. Nein, du kriegst sie nicht. Lass mich los. Oh nein, nicht schon wieder dieser Köter. Das ist kein Köter, das ist unser Bello. Los, hauen wir ab. Ah, Hilfe, der Hund will mich beißen. Aus, Bello, ist gut. Komm her. Braver Hund. Bello, das hast du gut gemacht. Du bist der beste Hund auf der Welt. Wollen wir jetzt noch auf die Seilbahn? Die Seilbahn ist voll cool. Ja, können wir machen. Das war aber aufregend. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und abonniert uns. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt die Glocke neben dem Abonnier-Button an. Tschüss.